Ich bin Peter Etzmuseter, der Fotograf des Projekts Donaukanal, was in der Leica Galerie zwei Monate lang ausgestellt war. Zu diesem Thema gibt es ein Workshop, der findet am 18.05. diesen Jahres statt und ich werde mit den Leuten, die sich dort anmelden, eine Begehung am Donaukanal machen und versuche sie in meine Welt des Donaukanals einzuführen, was auch damit verbunden ist, auf die Bildgestaltung einzugehen, den ein oder anderen Trick vielleicht zu verraten oder auch mehrere Tricks zu verraten, wie man zu einer gelungenen Bildauffassung kommt. Und das Ganze soll einen Einblick auch geben in eine philosophische Bildbetrachtungsweise. Das heißt, wie betrachten wir Bilder, wie setzen wir sie um, beziehungsweise was fesselt uns dann letztendlich an ein Motiv. Und diesen Themen wollen wir uns am 18.05. nähern und derjenige, der da mitmachen will, ist sehr herzlich eingeladen.